Wirkliche Liebe? Ja, gibt es denn die noch? Aber, 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 ja, fühlst du denn noch was? Ja, na klar! Ja, na klar! Ja, na klar! Ja, na klar! Wirkliche Liebe! Ja, gibt es denn die noch? Wie kann man sich wieder verhofftisch werden? Und ist es denn möglich, hier unten auf Erden? Und kann man dann auch ausfeuern und glauben werden? Ja, kann man in den Kölnisch aufs Liebes verzichten? Ja, kann man in den Kölnisch lieber vernichten? Ja, kann man in den Leuten die Liebe verreuen? Nein, der Wandel liefst! Schinchen, Jörg, Jörg, Jörg